Buongiorno a tutti, come state? In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Zukunft, dem Futur 1, il futuro semplice. Zu Beginn dieses Videos habe ich eine sehr positive Nachricht für euch. Wenn ihr mein Video zum konditionale semplice bereits gesehen habt, dann werdet ihr in diesem Video sehr, sehr viele Parallelen erkennen. Was ich damit meine, werdet ihr gleich sehen. Die Bildung des futuro semplice ist im italienischen für alle Konjugationen gleich. Das finale e des Infinitivs entfällt und die Endungen werden angehängt. Zum Beispiel beim Infinitiv prendere streiche ich das e am Ende weg, dann habe ich prender und dann hänge ich die Endungen des Futurs an. Die werden wir gleich sehen. Aber Achtung, bei den Verben auf are wird das a zu einem e. Das heißt amare wird eigentlich zu amere und dann das e weg und dann die Endungen dran. Aber keine Sorge, das schauen wir uns noch im Detail an. Hier rechts seht ihr die Endungen des futuro semplice, nämlich o, ai, a, emo, ete, anno. Und diese Endungen sind für alle Konjugationen gleich. Beginnen wir mit den Verben auf are, zum Beispiel parlare. Parlero, parlerei, parlerà, parleremo, parlerete, parleranno. Prendere, prenderò, prenderei, prenderà, prenderemo, prenderete, prenderanno. Sentire, sentirò, sentirai, sentirà, sentiremo, sentirete, sentiranno. Wie bereits gesagt, überall dieselben Endungen. Und Achtung, wie ich schon gesagt habe, bei den Verben auf are wird das a zu einem e. Das heißt ich sage nicht parlarò, sondern parlerò. Um dir das besser zu merken, habe ich folgenden Tipp für dich. Tu bei den Verben auf are einfach so, als wären sie Verben auf ere. Dann musst du nur noch das finale e entfernen und die Endungen anhängen. Zum Beispiel amare, dann tun wir so, als wäre das jetzt ein Verb auf ere. Das heißt es wäre dann amere. Dann streichen wir das finale e weg und hängen die Endungen dran. Also amero, amerei, amera, ameremo, amerete, ameranno. Achtung auch bei den Verben auf care und care, denn hier müssen wir in allen Personen ein H einfügen, um die Aussprache beizubehalten. Zum Beispiel chokare. Hier haben wir chokero, chokerei, chokera, chokeremo, chokerete, chokeranno. Stellt euch vor, dieses H wäre jetzt nicht da. Dann würden wir das Wort als chokero, chokerei, chokera und so weiter aussprechen. Und das wollen wir aber nicht, weil im Infinitiv sagen wir ja auch chokare. Wir haben hier ein k, kare, einen k laut. Und dieses k wollen wir auch weiterhin beibehalten. Deswegen müssen wir dieses H einfügen. Dasselbe gilt auch für Verben auf gare, zum Beispiel pagare. Da haben wir pagero, pagerei, pagera und so weiter. Wenn wir auch hier das H weglassen würden, dann wäre es ja wieder pagero, pagerei, pagera. Und das wollen wir eben nicht, weil im Infinitiv heißt es ja auch pagare. Wir wollen hier wieder diesen g laut erhalten. Deswegen das H. Und die Verben auf chare, chare und djare verlieren das i. Zum Beispiel mangiare haben wir mangero, mangerai, mangera. Oder laschare haben wir laschero, lascherei, laschera. Stellt euch vor, wir würden das i nicht entfernen, dann würde es ja heißen mangiaro, mangiarei, mangiara. Oder laschiero, laschierai, laschiera. Das heißt, es würde dann ein i und ein e zusammentreffen und das würde einfach komisch klingen. Deswegen geben wir das weg. Weil wir brauchen ja dieses i in dem Fall nicht mehr, weil der Zischlaut ist ja schon durch dieses e gegeben. Das heißt, wir brauchen dann keine i mehr dazwischen. Und ich hoffe, euch ist aufgefallen, dass all diese Regeln auch bei der Bildung des konditionales Samplice gelten. Das heißt, es wird eigentlich ganz genau gleich gebildet, nur die Endungen sind eben anders. Kommen wir nun zum Gebrauch. Das Futuro Samplice wird verwendet, um von zukünftigen Ereignissen zu berichten und Vermutungen auszudrücken. Das heißt, wenn wir eine Handlung ausdrücken wollen, die in der Zukunft liegt, verwenden wir ganz einfach das Futuro Samplice. Wir werden aber gleich einige Beispiele dazu sehen. Und das könnt ihr euch auch noch im Hinterkopf behalten. Ähnlich wie im Deutschen wird jedoch oftmals das Präsente verwendet, um von Ereignissen zu berichten, die in nacher Zukunft liegen. Das werden wir jetzt aber gleich sehen. Zum Beispiel Das hier ist ganz klar eine zukünftige Handlung. In zwei Jahren werde ich etwas tun. Zukunft. Deshalb Futuro Samplice. In diesem Fall drücken wir eine Vermutung aus. Dieses Er wird sein. Das ist das Futuro Samplice. Und Dopo pranzo vado da Mario. Nach dem Mittagessen gehe ich zu Mario. Oder Dopo pranzo andro da Mario. Nach dem Mittagessen werde ich zu Mario gehen. Hier haben wir ein Ereignis, das in nacher Zukunft liegt. Nach dem Mittagessen ist etwas, das gleich passieren wird. Das ist nicht so wie im ersten Satz erst in zwei Jahren, sondern sehr unmittelbar. Und in diesem Fall können wir wie im Deutschen auch das Präsens verwenden und einfach sagen vado da Mario und nicht andro. Aber auch die Form andro ist hier völlig korrekt. Das könnt ihr euch wirklich aussuchen. Einige Verben bilden das Futur 1 unregelmäßig. Aber wie auch beim konditionale Samplice wird nur der Stamm unregelmäßig gebildet. Die Endungen folgen der regulären Bildung. Das heißt, diejenigen von euch, die schon den konditionale Samplice gelernt haben, müssen im Endeffekt nichts mehr lernen, weil ihr könnt die ganzen unregelmäßigen Stämme schon. Und für die, die sich jetzt denken, was meint er mit Stamm, das zeige ich euch jetzt. Und zwar betrifft das diese Wörter hier. Zum Beispiel andare. Andare hat den unregelmäßigen Stamm andr. Und an diesen unregelmäßigen Stamm hängt man ganz einfach die regulären Endungen dran. Das heißt andro, andrei, andra, andremo, andrete, andranno. Und das wiederum bedeutet, dass ihr nicht alle Personalformen einzeln lernen müsst, sondern ihr müsst euch immer nur diesen Stamm merken, weil die Endungen sind ja regelmäßig. Und das ist sehr, sehr praktisch. Bei avere wäre der Stamm avr, also avro, avrei, avra, und so weiter. Bei essere wäre er sar, zum Beispiel sarro, sarai, sarra, und so weiter. Bei dovere wäre es dovr, dovro, dovrei, dovra. Bei vedere hätten wir vedr, vedro, vedrei, vedra. Bei volere hätten wir vor, also vorro, vorrei, vorra. Bei bere hätten wir berr, berro, berrei, berra. Bei venire hätten wir verr, verro, verrei, verra. Bei potere hätten wir potr, potro, potrei, potra. Und bei sapere hätten wir sapr, sapro, saprei, sapra, und so weiter. Und zu guter Letzt haben wir noch rimanere, da wäre es rimar, also rimarro, rimarai, rimara. Bei dare hätten wir dar, darro, darai, darra. Bei fare hätten wir far, zum Beispiel farro, farrai, farra, und so weiter. Also einfach den Stamm merken. E adesso tocca avoi. Jetzt seid ihr dran. In dieser ersten Aufgabe solltet ihr die folgenden Verbformen ins Futuro Semplicer übersetzen. Ihr habt hier immer ein Verb im Infinitiv angegeben, zum Beispiel parlare, und in Klammer die Form, die ihr bilden sollt. Das heißt, wir werden sprechen. Wäre dann parleremo. In der zweiten Übung solltet ihr exakt genau dasselbe tun, aber wir haben hier einige unregelmäßige Formen. Achtet hier wieder auf den unregelmäßigen Stamm. Zum Beispiel rimanere, ich werde bleiben, wäre dann rimarro. Und zu guter Letzt solltet ihr in dieser Übung die passende Form des Futuro Semplicer einsetzen. Falls ihr noch Fragen habt oder etwas unklar ist, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich versuche euch dann dort weiter zu helfen. Die Lösungen zu diesen Aufgaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao a tutti!